Sie ist wohl die spannendste neue Baureihe der Münchner. Denn was Sie hier hören, sind die anderen. Das hier ist der Herrkönig des i3 von BMW mit Elektroantrieb. Ab November 2013 wird der batterieelektrische i3 offiziell strom an. Die gläsernen Türen der ersten Studie fallen weg, es bleibt aber eine ungewöhnliche Fensteranordnung. Die angedeutete B-Säule ist dank der hochfesten, aber teuren Carbon-Karosserie des i3 möglich. Rund 38.000 Euro wird das Elektromobil kosten.